Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Leisure Suit Larry Wet Dreams Drive Twice. Wir holen uns jetzt erstmal Larrys Hochzeitsanzug. Da haben wir jetzt gerade den Schlüssel bekommen in der vorherigen Folge. Und das Ding ist ja hier eingepackt. Warte mal. Da ist er. Und klick. Ah, der passt. Ja wunderbar. Dann gucken wir uns. Das ist der schönste Hochzeitsanzug, den ich je gesehen habe. Ja dann pack den mal ein Junge. So, dann ziehe ich meinen Hochzeitsanzug an. Na, wie schaut er jetzt aus? Passt perfekt. Oh, in der Tasche ist auch der eine Schlüssel von El Rey. Prima. Zumindest wird er mich nicht umbringen, weil ich den verloren habe. Ah, das ist irgendwie ein gutes Gefühl, etwas abgehackt zu haben. Fast so gut wie Timber. Nein. Okay, also ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht so sonderlich viele Unterschiede zwischen dem Hochzeitsanzug und den normalen, aber solange Larry glücklich ist, ist alles gut. So, was habe ich denn jetzt hier? Der eine und der andere Schlüssel. Okay, ja. Oh man, der eine Schlüssel. Da hat mal wieder jemand ein bisschen zu viel Herr der Ringe geguckt. Schauen wir mal. Jetzt brauchen wir noch einen Caterer. Äh. Oh. Was? Ist das etwa... Was ist los, Larry? Ist das etwa... Die Braut? Die Braut ist El Rays Tochter. Vielleicht hat er den Esel adoptiert. Jetzt sei mal tolerant. Und vor allem nicht so einfältig. Er schaut mich sehr misstrauisch an. Ich halte lieber eine Armlinge Abstand. Naja, das dürfte wohl eher das Gefährt sein, mit dem man dann die Braut in Richtung, keine Ahnung, Flitterwochen transportiert oder so. Immerhin hängen hier hinten Dosen ran. Frisch verheiratet. Jetzt dürfen sogar Esel heiraten? Der ist für dich. Ich will den nicht heiraten. Ach, vergiss es. Dosen mit Schnüren dran? Damit habe ich als Kind immer Telefon gespielt. Oh, und er klaut sich die Dinger gleich mal. Okay. Das ist ja... Guck mal, Pi. So muss ein Telefon aussehen. Mit Prophezeiung... Ah, das ist die Prophezeiung. Das ist die Prophezeiung, von der El Rey geredet hat. Irgendwas mit Gringos. Mit Prophezeiungen... Okay, gut. Kein Schin... Oh. Zulus Lefterus. Ah ja, genau. Den können wir jetzt natürlich fragen, ob er unser Caterer sein möchte. Danke. Hab keinen Durst. Barbarenbräu Export. 50 Liter. Oh Gott, das will doch keiner trinken. Igiz. Ich habe jetzt keine Zeit, am Strand rumzulümmeln. Die Hochzeit wartet. Ach, Manu. Ich wollte da jetzt aber... Oh, was ist denn hier hinten? Der Stock könnte eine tolle Wünschelrute abgeben. Aber ich weiß schon, wo genug Wasser ist. Der Stock könnte eine... Den nehmen wir trotzdem jetzt. Sieht nützlich aus. Gehört jetzt mir. Wir nehmen einfach mal alles mit, was uns irgendwie anspringt. Ich gucke mal eben, ob ich was vergessen habe. Oh, hier ist noch was. Ein alter Volleyball. Oh, der sieht aber fertig aus. Das nehmen wir trotzdem mit. Toll. Ich glaube nicht, dass ich den... Er sieht etwas schlapp aus, aber das bekomme ich schon wieder hin. Hey, das sagen sonst immer deine Frauen zu dir. Okay. Passt. Oh, was haben wir denn hier? Sonnensegel. Eher ein Lochsegel. Das warst du. Man hat mich dazu gezwungen. Das brauche ich nicht. Das ist ja total eingerissen. Ja, Ansprüche auch noch. Gut, ich glaube, ich habe hier alles angeguckt. Jetzt gehen wir mal zu Los Leftos. Larry. Ja, wie laufen denn die Geschäfte? Wie laufen die Geschäfte? Ich kann nicht klagen. Natürlich hilft es, die einzige Gaststätte auf der ganzen Insel zu sein. Die meisten meiner Kunden sind Stammgäste geworden. Als sie sich nicht mehr übergeben mussten. Lass mich raten. Du hast eine neue Rezeptur für deinen Barbarenbräu gefunden. Larry, das findet man nicht so einfach. Das ist ein Prozess. Eine Sammelklage ist auch ein Prozess. Ja. Äh, was ist denn aus BJ geworden? Was ist eigentlich aus BJ geworden? Er wollte bei Lefties als Partner einsteigen. Meinte, dass man daraus ein Franchise aufbauen könnte. Ein Lefties in jeder Stadt und so. Barbarenbräu. In verschiedenen Varianten für verschiedene Zielgruppen. Ich habe ihn davon überzeugt, dass das keine gute Idee ist. Äh. Mit einem Businessplan? Mit einem Businessplan? Mit einem Paddel. Er ist dann verschwunden. Keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Interessiert mich auch nicht. Hältst du das mit der Hochzeit für eine gute Idee? Ja, das sollten wir mal fragen. Dringend. Hältst du das mit der Hochzeit für eine gute Idee? Na klar. Ich liefere das Catering. Ich meine, ich habe die Braut noch nicht mal kennengelernt. Das kannst du auch als Vorteil sehen. Die Braut hat dich noch nicht kennengelernt. Wie meinst du das denn jetzt? Ich will damit sagen, dass ihr sicher ein Traumpaar seid. Ach so. Mhm. Ja, guck mal doch mal, ob er das mit dem Catering hinkriegt. Kannst du die ganzen Hochzeitsgäste verköstigen? Das könnte ich. Aber ich kann kein Alpaka-Fleisch zubereiten, solange der Fleischwolf klemmt. Geht das nicht ohne Alpaka-Fleisch? Vielleicht vegan? El Rey sagt, dass das... Die Prophezeiung nicht erlaubt, wie alles andere auch. Okay, ich muss los. Ich muss los. Dann bis später. Tja, wie gut, dass wir Gleitgel dabei haben. Vielleicht kriegen wir dann das Ding hier besser hin. Oh. Das sieht jetzt schon aus wie etwas, das man kombinieren könnte. Äh, das tun wir aber später. Wir schauen uns erst mal um. Hier backt Lefty, äh, Lefto, seine Pizza. Es ist außerdem eine Müllverbrennungsanlage. Bäh. Ich weiß nicht genau, warum Lefty glaubt, Pizza sei ein typisches Gericht für Ken Kamm. Das klingt irgendwie eklig. Aber gut, ich meine, Lefty hat ja irgendwie nur eklige Sachen. So, dann schauen wir doch mal, wo wir fallische Gegenstände finden. Oder wohlwahrmäßige. Äh, bisher sind das recht wenige. Oder eigentlich gar keine. Das sieht hier jetzt mal ganz unfallisch aus. Wahnsinn. Oder ich hab's ja einfach übersehen, ob da noch irgendwas ist. Aber ich glaube nicht. Es sieht... Ah ja, gut, hier der Kaktus, der, ne. Die Kakteen hier sind schon ziemlich, ja, verräterisch. Und hier hinten ist Cerveza dos Barbaros. Uah. So ein ekelhaftes Barbarenbräu. Und wenn ihr wissen wollt, warum ich das ekel finde, schaut doch mal in die erste Staffel rein. Äh, da brauen wir Barbarenbräu. Und es ist echt widerlich. Ob Lefty mir einen ausgibt? Nein. Hahaha. Ich könnte mir einen genehmigen, aber dann falle ich wahrscheinlich ins Wasser. Also, nein. Okay. Gut, was haben wir hier noch? Wir haben Lefty, mit dem wir reden können. Und halt noch den Fleischwolf, der irgendwie klemmt. Uah, das sieht auch wieder so richtig ekelhaft aus. Sieht ziemlich gebraucht aus. Mal gucken. Der dreht sich im Moment nicht. Ja, wieso wohl? Weil er klemmt. Gut, ich teste mal das Gleitgel. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Hm. Mal hier irgendwas übersehen. Ah, die Kurbel. Der Fleischwolf ist mir sympathisch. Er hat auch noch Handbetrieb. Nee. Festgerostet. Oder Knochenstücke klemmen. Schwer zu sagen. Okay, testen wir hier mal das Gleitgel. Mit der Kurbel. Ja, das war's. Boah, ich... Die Kurbel lässt sich jetzt wieder drehen. Mhm. Jetzt dreht sie sich wieder. Es gibt auch Löcher, in die ich meine Finger lieber nicht reinstecke. Oh, hier gibt's noch was. Plastikflaschen. Lefty hat immerhin Mülltrennung betrieben. Oder er entwickelt gerade ein Gericht mit Mikroplastik. Boah. Man kann nie genug Plastikflaschen haben. Okay. Wir nehmen einfach mal alles an. Okay. Die Explosion hat viele Opfer gefordert. Aber die beiden sind an meiner Guacamole gestorben. Oh. Ich lass es lieber hängen. Okay, aber ich glaub, jetzt haben wir alles angeguckt. Ah, der Pizzaschieber. Ich weiß nicht genau, warum Lefty glaubt, Pizza sei ein typisches Gericht für Ken Kamm. Vielleicht kann ich den auch mitnehmen. Na? Na? Du meinst, du nimmst ihn mit und ich sehe ihn nie wieder? Er hat dich geschaut. Nimm ihn ruhig. Ich experimentiere sowieso gerade mit Fladenbrot. Okay. Wozu auch immer wir den brauchen, aber wir haben ihn jetzt schon mal. So Lefty, wir haben deine Fleischwolle gekriegt. So. Kannst du die ganzen Hochzeitsgäste verköstigen? Natürlich, der Fleischwolle funktioniert ja wieder. So. Jetzt ist alles für die Hochzeit vorbereitet. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann mich gar nicht so richtig darauf freuen. Was ist los, Larry? Es fühlt sich alles nicht richtig an. So geht es allen Leuten vor dem Ja-Wort. Wahrscheinlich hast du recht. Ich gehe erst mal zurück in mein Zimmer. Okay. Oh Gott, ich bin gespannt, was das jetzt für ein Ding gibt. Was gibt's? Erinnerst du dich an die Datei, die dir vor ein paar Wochen geschickt worden ist? Was war nochmal mit der? Du hast von einer unbekannten Nummer eine verschlüsselte Datei erhalten. Und ich habe sofort mit der Dekodierung im Hintergrund begonnen. Ach so, diese Datei. Was ist damit? Ich habe sie entschlüsselt. Oh, dann kann ich jetzt die Hochzeits-App installieren? Die Datei stammt von Faith. Was? In der Paket-Datei war auch ihr Bild. Das ist Faith. Wann genau wurde das Bild aufgenommen? Am Tag nach der Explosion des Hauses. Sie hat überlebt. Aber wo ist sie jetzt? In dem Foto sind auch GPS-Koordinaten von der Hohen See. Pi, wir müssen dorthin. Sofort! Koordinaten auf der Karte gespeichert. Kannst du schwimmen? Ich versuche es lieber mit einem Boot. Es war noch mehr in dem Dateipaket. Was denn? Hm. Das ist ein komplexer Programmcode, den ich selber nicht verstehe. Ich analysiere ihn. Äh, äh. Ah! Was passiert mit dir? Ich, ich weiß nicht. Was ist jetzt mit diesem Programmcode? Er ist verschwunden. Wie verschwunden? Ich verstehe es selbst nicht. Vielleicht war es nur ein Update für meine Software. Egal. Ich muss Faith finden. Dabei muss ich nur aufpassen, dass Elray mich nicht gleich unter die Haube steckt. Sonst komme ich niemals von der Insel weg. Pi, wo gibt es auf der Insel ein Boot? Pi? Alles klar? Oh oh. Äh, natürlich. Ein Boot? Nirgends. BJs Yacht wurde gepfändet und die Einwohner hier wollen nicht weg. Dann werde ich mir eins bauen müssen. Naja. Wer in der Lage ist, mit einem Kondom eine Ratte zu fangen, kann auch ein Floß bauen. Wo sie recht hat. Okay. Also wir haben ein, äh, ein Lebenszeichen von Faith erhalten. Oh, vielleicht können wir die Flasche, äh, Plastikflaschen benutzen, so als Schwimmer. Dumm, didum, didum. Du darfst da gerne noch ein bisschen spielen. Das ist doch kein Boxsack. Oh, guck mal, hier ist das ganze Essen. Das ist das Buffet von Lefty. Oh, die Alpaka-Wurst riecht lecker. Lässt sich nicht verschieben. Ja, ich will doch auch nur ein bisschen Wurst mitnehmen. Mensch. Oh, was ist das hier? Tischdecke, oh. Ein Tisch mit einer Tischdecke. Irgendwas beult sich darunter aus. Mal schauen, ob was darunter ist. Ja. Eine Bremse hat er, aber kein Gaspedal. Fehlkonstruktion. Okay, ich löse sie. Jetzt sollte ich ihn doch verschieben können. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Oh, es ist sehr tief. Ich hatte recht. Er ließ sich verschieben. Sogar ziemlich weit. Das dürfte jetzt erst mal die Hochzeit noch ein bisschen verhindern. Wenn das so weitergeht, guckt er noch in mich hinein. Als gäbe es da viel zu entdecken. Ja, auch wieder wahr. Da unten ist der Strand zu sehen. So, aber ich glaube, mehr können wir hier nicht tun. Alles andere haben wir schon gemacht. Die Pinata könnten wir vielleicht noch mitnehmen, so als Verpflegung, aber ich glaube, das geht nicht. So, hier ist der Esel. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, das Sonnen... Oh, warte mal. Wir müssen ein Floß bauen. Wir nehmen das Sonnensegel mit. Das brauche ich nicht. Das ist ja total eingerissen. Ach komm. Das wäre doch ein super Segel. Du musst es halt flicken. Okay. Oh, oh. Ja, jetzt haben wir die Tischplatte. Das ist ja schon mal geil hier. Eher Cratering als Catering. Oh, leck. Wow, der war... Der war deep. Mit der Tischplatte kann ich sicher was anfangen, aber ich kann sie nicht rumtragen. Ich mache ein Foto davon. Äh, was? Die ist für unser Floß? Du Horst. Mensch. Okay, toll. Jetzt habe ich ein Foto von dem Floß. Die Tischplatte habe ich von ihrer besten Seite erwischt. Was zur Hölle? Und von der Unterwäsche habe ich auch ein Foto. Oh Gott, ist das kaputt. So, schauen wir mal. Oh, schau mal, Pi. Das ist ein Bauplan für ein Floß. Ich glaube, der stammt aus einem Survival-Magazin. Vielleicht kann ich daraus etwas machen. Warte, ich installiere dir gerade eine Bauplan-App. Mit der kannst du komplizierte Sachen zusammenbauen. Manchmal findest du einen Bauplan für komplizierte Dinge. Dieser wird dir in einer eigenen App angezeigt. Öffne nun die Bauplan-App unten rechts auf deinem Pi-Phone. Okay. Cool. Floß. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ziehe Objekte aus deinem Inventar auf die leeren Stellen für die Bauteile. Sind alle befüllt, klicke auf Los. Entweder wird der Plan umgesetzt oder, wenn etwas daran falsch ist, der Vorgang abgebrochen. Wenn du glaubst, noch nicht alles für das Floß bereit zu haben, kannst du die App auch wieder verlassen. Okay. Okay, ich glaube, ich habe das verstanden. Ich lege fest, welches Objekt als was verwendet werden muss. Dann drücke ich den Los-Knopf und es wird so umgesetzt. Aber nur, wenn alles passt. Hm. Okay, also hier... Mit einem Ruder kann ich die Richtung bestimmen. Ich nehme das Spitzapaddel als Ruder. So weit sind wir ja schon mal vorhanden. Äh, als Schwimmer nehmen wir die Plastikflaschen. Äh, das Ding hier, das war dieser komische gegabelte Stock. Das könnten wir hier auf jeden Fall benutzen für das Segel. Ähm, ja, wir haben halt kein Segel. Also das, das, äh, das Teil ist ja kaputt. Aber den Tisch nehmen wir als Basis. Und was ist das hier? Ein Kommunikationsgerät ist unbedingt nötig. Aber das bist doch eigentlich du, Pi. Ich bin nicht für den Einsatz auf Hochsee lizenziert. Niemand ist perfekt. Okay. Genug davon. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, guck mal, hier ist eine Plastikflasche. Eine leere Flasche Pupsi-Cola. Die können wir auch noch mitnehmen. Nehme ich mit. Ja. Kann ja nicht schaden. Was haben wir denn hier Schönes? Zur Mauer. Oh, was ist das? Noch eine Plastikflasche. Eine leere Flasche Süßgespritzter. Können wir auch brauchen. Werde ich sicher brauchen. So, was haben wir hier? Okay, die Dinger, die darf ich nicht benutzen. Oh, hier ist noch mal eine Plastikflasche. Okay. Okay. Seetang. Das sind ja mal wieder Gründe hier. Hier ist noch eine Plastikflasche. Oh. Schwach wie Flasche leer. Oh Gott, oh Gott. Das ist so schlecht. Okay, also wir haben aber hier noch diesen Maul. Maul des Narwalts. Sieht so aus, als hätte er was im Maul. Okay, schauen wir mal. Sag mal, aaaaaa. Noch mehr Plastikflaschen. Okay. Hoffentlich bekomme ich Pfand dafür zurück. Je mehr, desto besser. Der arme Narwal. Ein Narwal. Das Einhorn der Meere. Der sieht nicht sehr gut aus. Ich glaube, eine Wiederbelebung ist zwecklos. Ja, das fürchte ich auch. Narwalhorn. Spitz wie Nachbars Goldfisch. Ah, das nehmen wir doch mit. Upsi. Es ist abgebrochen. Oh, weia. Das arme Viech. Ja, das hat wohl den ganzen Dreck hier nicht überliegt. Äh, überliebt. Oh, was ist das hier hinten? New Lost Wages. Dort ist New Lost Wages. Irgendwann werde ich dorthin zurückkehren. Da bin ich mir sicher. Na, das wollen wir aber nicht. Ich glaube, ich möchte nicht dorthin schwimmen. Ach, komm Kumpel, das schaffst du doch locker. So Tischplatte. Okay, also irgendwie müssen wir jetzt zu dem Segel kommen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich das irgendwie flicke. Vielleicht kann ich ja das hier mit dem... Gute Idee, aber so nicht. Ah. Kann ich das irgendwie... Dosen mit Schnur. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Wollen wir mal gucken, ob ich hier... Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Vielleicht kann ich auch einfach den Seetank benutzen, um das hier drauf zu kleben. Das ist gut, so wie es ist. Was? Das brauche ich nicht. Das ist ja total eingerissen. Ah. Ach, komm Kumpel. Eher ein Lochsegel. Das warst du. Man hat mich dazu gezwungen. Na, das muss doch irgendwie zu flicken gehen. Oder wir benutzen einfach die ganze Unterwäsche. Warte mal, ich teste jetzt einfach mal hier diese App. Wir haben ja schon einige Sachen. So. Da nehmen wir das Paddel. Da nehmen wir die ganz, ganz vielen Flaschen. Ich glaube, dafür haben wir das hier. Tischplatte. Ja, nur mein Kommunikationsgerät fehlt. Äh. Warte mal, so. Das lässt sich nicht kombinieren. Fuck. Hm. Schade. Das wird zu schön gewesen. Genug davon. Okay. Also das Ding hier darf ich offensichtlich nicht benutzen. Das ist ein bisschen scheiße. Okay. Bierfässer kann ich nicht mitnehmen. Hab keinen Durst. Nee, das Segel wird nix. Er schaut mich sehr misstrauisch an. Ich halte lieber eine Armlinge Abstand. Nee, das wird zu nichts. Okay. Dann gehen wir doch mal noch zu Leftos. Hat der noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Das hier darf ich nicht. Vielleicht kann ich mit ihm nochmal reden. Larry. Lefty, wie komme ich von der Insel weg? Schnellstens. Lefty, wie komme ich von der Insel weg? Schnellstens. Warum wirst du denn weg? Faith lebt. Oh, wirklich? Ich kann ihr Pifon orten. Auf dem Meer. Da muss ich hin. Es liegt hier gerade kein Schiff vor Anker. Auf der ganzen Insel gibt es nicht mal ein Rettungsboot. Ich fürchte, du wirst da was improvisieren müssen. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Okay, der ist keine Hilfe. Ich muss los. Dann bis später. Hm. Das ist doch jetzt eher unerfreulich. Also die Flaschen haben wir als Schwimmer. Hm. Okay, diese hässlichen Dinger können wir auch nicht brauchen. Ich gucke nochmal oben beim... Ähm... Beim Hochzeitsding, ob ich hier irgendwas machen... Oh, warte mal. Das hilft mir nicht. Ach, Mann. Können wir nicht hier noch irgendwie einen Kuchen mitnehmen? Das wäre schön, so ein bisschen hier Kuchen. Ich will die Torte doch nicht ruinieren. Ja, du wirst die doch sowieso nicht essen. Besser nicht. Äh, ach Mann. Das lässt sich nicht kombinieren. Hm. Kann ich das hier zusammenfüllen? Oh, das geht. Okay, mal schauen, wofür das ist. Was für eine reizende Figur. Äh. Also ich weiß ja nicht. Oh Gott. Ist es nicht wunderschön? Ich taufe dich auf den Namen Wilson. Ein Männername? Wilma. Ich meine Wilma. Okay. So einen sexy Kopf habe ich noch nie mit mir rumgetragen. Das ist irgendwie jetzt sehr irritierend. Warte mal, geht das jetzt so? Das hilft mir nicht. Gute Idee, aber so nicht. Wofür auch immer wir das hier brauchen, aber das... Oh Gott, das sieht so... Boah. Äh. Hm. Also. Hier raus. Warte mal. Können wir mit dem nochmal reden? Holla. Hallo. Ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist die Hochzeit vielleicht nicht die geilste Idee. Jetzt wo ich darüber nachdenke, vielleicht ist die Hochzeit doch keine so tolle Idee. Was willst du damit sagen? Ich hab deine Tochter doch gar nicht verdient. Derjenige, der die Prophezeiung erfüllt, hat meine Tochter verdient. Nun ja, ich muss zugeben, dass ich auch etwas erstaunt bin, dass es ein Gringo ist. Ähm, ein Ex-Gringo. Denk einfach nicht darüber nach. Und jetzt heirate meine Tochter. Äh, ich bin dann mal weg. Bis später, Elroy. El-Rey. Hm. Haben wir hier noch irgendwelche Dinge? Nee, ich glaube nicht. Okay, gucken wir doch mal unten. Vielleicht hab ich hier irgendwas vergessen. Hier kann ich ein Foto machen von der Unterwäsche. Äh. Whiteboard. Hier schreibe ich meine Fortschritte beim Sensibilitätstraining auf. Ich glaube, ich bin für den Moment sensibel genug. Okay. Das kann ich nicht mitnehmen. Oh, warte mal. Den Fernseher kann ich vielleicht mitnehmen. Nein. Heute läuft... Technisch der letzte Schrei. War es 1987 jedenfalls. Geht auch nicht. Das ist eine gruselige Erinnerung. Das ist der Knopf, den wir schon benutzt haben. Nee, also ich glaube, ich muss mit den Dingen... Ich hoffe wirklich, es geht Faith gut. Das ist natürlich etwas unerfreulich. Die Magazine dürfen wir nicht mitnehmen. Die Unterwäsche. Das ist die Unterwäsche von Faith. Die nach der Explosion auf der ganzen... Ich habe sie... Also äh... Hm. Okay, da darf ich ein Foto machen. Darf ich das mitnehmen? Das fass ich nie wieder... Okay. Gut, das war es jetzt auch nicht. Hab ich hier noch irgendwas? Nope. Okay. Puh. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen unschön. So viele Optionen haben wir hier ja nicht mehr. Über den Abgrund noch. Okay, müssen wir gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Hier dürfen wir auch nur ein Foto machen. Kann ich das mitnehmen? Oh, schau mal Pi! Ich fiel. Warte. Ja, das haben wir ja schon. Mit Dirk. Ja, ja, ist okay. Okay, also wir haben hier einen Bauplan. Mein gut, das ist ja klar hier. Sehr viele Plastikflaschen. Kommunikationsmittel. Dieses Ding. Vielleicht kann ich ja das hier benutzen. Mal so. Das lässt sich nicht kombinieren. Wäre cool, wenn wir jetzt noch irgendwie eine Lösung für hätten. Ohne ein Segel käme ich natürlich nicht voran. An einem Mast könnte ich mich außerdem festbinden, falls ich unterwegs Sirenen sehe. Also, die mit Brüsten. Schwimmkörper sind natürlich nötig, damit das Floß nicht untergeht. Tja, rein theoretisch. So viel mehr Möglichkeiten haben wir ja jetzt nicht. Äh, ja, das hier bringt uns auch nichts. Das war's nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Ist ein bisschen schade, dass einem die App nicht sagt, wo der Fehler liegt. Also, was jetzt hier eigentlich korrekt wäre und was eben nicht taugt. Weil dann könnte man sich ja nochmal andere Gedanken machen. Also, das ist es wohl nicht. Oh, warte mal. Hm. Vielleicht kann ich ja dieses Foto mit den Löchern hier kommen. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Hm. Was hab ich denn hier noch? Kann ich ja wohl schlecht hier draufsetzen. Das ist gut, so wie es ist. Das hilft mir nicht. Nein, ich glaube nicht. Hm. Also, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Weil ich würde dieses Hornssegel echt gerne... Eher ein Loch, das warst du. Ich würde das echt gerne flicken, wenn das irgendwie ginge. Aber ich sehe jetzt auch nicht, womit ich das flicken könnte. Weil wir haben hier zwar eine Menge Flaschen, die brauchen wir aber für das Floß. Die Tischplatte haben wir schon. Den Paddel haben wir schon. Äh, ich würde mal wetten, dass das hier... Warte mal, ich teste mal, ob das hier geht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Das ist doch mal blöd. Gute Idee, aber so nicht. Hm. Tja, wie mache ich das denn jetzt am geschaltesten? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Nee, funktioniert auch nicht. Alter Schwede. Ha. Haben wir hier noch irgendwas, was wir eventuell benutzen können? Ich gucke mal eben, ob der Gute... Eher nicht. Ha. Wir könnten die Schlüssel natürlich jetzt erstmal zu, ähm... dem freundlichen Gitarrenspieler zurückbringen. Weil ich meine, das ist ja immerhin alles irgendwie wichtiges Zeug. So, Kumpel, brauchst du die vielleicht? Das würde ihm nicht gefallen. Ja, aber wieso? Hm. Päh. Nee, nicht mein Fetisch. Schade. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ja, ne? Dann bin ich jetzt gerade mal so ein bisschen ideenlos, ehrlich gesagt. Was wir hier machen könnten. Denn der Abgrund, den haben wir schon benutzt. Jetzt die Torte und so weiter, da darf ich, ähm, leider nix mitnehmen. Was da wohl drin? Ah, warte mal. Der sagt mir doch hier, ich sollte da... Besser nicht. Verdammt. Ich würde es doch gerne wissen, was da so drin ist. Kann ich es aufschließen? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist doch kein Boxsack. Ah, aber piksen, piksen wir doch jetzt schön. Das ist gut, so wie es ist. Ach, Manu, da hätten noch irgendwelche coolen Sachen drin sein können. Hab ich denn jetzt hier irgendwas übersehen? Ich glaube eigentlich nicht. Ah, hier hinten rett dann so ein Lizard durch die Gegend. Das ist ja auch irgendwie süß. Ah, nee, also offensichtlich hab ich nichts verloren. Das ist doch mal... Hm. Ich halte lieber eine Armlänge Abstand. Ah, warte mal. Haha. Das hilft mir nicht. Verdammt. Das wäre jetzt schön gewesen. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Und wenn ich den Esel piekse? Das ist gut, so wie es ist. Ah, verdammt. Das hilft mir nicht. Mensch, das ist doch doof. Ah, Paddel. Vielleicht kann ich den Esel auf den Hintern hauen. Besser nicht. Oh. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Manu. Das ist gut, so wie es ist. Und das hier darf ich auch nicht mitnehmen. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Ah, ist das böse. Das ist die Prophezeiung, von der El Rey geredet hat. Irgendwas mit Gringos. Vielleicht kann ich ja hier irgendwas ändern. Ah. Das hilft mir nicht. Manu. Das wäre aber jetzt eine Verschönerung gewesen, oder? Besser nicht. Nee, auch nicht. Oh. Okay, also das ist echt... Hm. So, aber hier habe ich nichts vergessen. Hier haben wir den Pizzaofen. Hier ist die Kurbel. Hier ist der Fleischwolf. Hier ist der Schnaps. Und das Alpaka-Poster. Und halt noch Lefto. Lefty. Was auch immer. Ist hier hinten noch irgendwas? Nee, ist es nicht. Alter Schwede. Okay, also dass ich jetzt gleich hier am Anfang vor so einem Ding stehe, wo ich mir frage, okay, was mache ich denn da draus? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber, ihr Lieben, darüber zerbrechen wir uns dann in der nächsten Folge einfach mal den Kopf. Die Idee mit dieser App finde ich ehrlich gesagt recht witzig. Nur, ähm, so ab und an mal ein bisschen Hilfe wäre halt auch geil gewesen. Hm. Mal schauen. Aber das kriegen wir noch raus. Wir sind ja kreativ. Ihr Lieben, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Macht es gut. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. und tschö.